21.39 Aufnahme läuft Ich weiß noch nicht wo ich mich entlege Ich bin Ihr seid am Haus Ich muss da raus gehen zum Schießen Wo tut ihr jetzt knacken? An welcher Stelle vom Haus? Hier, da Warte siehst du mich? Hier oben? Ne ich bin noch nicht in Stellung Ich seh dich Ach du auf der rechten Seite Ah ok Ja ich hab dich auch gesehen Rechts oben ok sehe ich warte Ich geh oben in den Wald wie gesagt Da hab ich schon Ja ich geh auch hier oben im Wald irgendwo so hin So dass ich deine Aber Jungs aus dem Wald seht ihr Zeus nicht ne? Aus dem Wald seht ihr Zeus nicht ne? Aus dem Wald seht ihr Zeus nicht Jungs Das ist irgendwie ein bisschen doof Euch in den Wald rein zu gehen Warum sehe ich Zeus nicht? Ja aber im Wald ist viel zu weit weg Sag ich mal auch ne? 300 Meter Ja 300 Meter merkste Wollen wir? Ich bin bereit Wer called? Wenn die Cops kommen geh ich hin Was ist er nehmen? Oh Mann Nalli siehst du mich? Na ich bin hier in der Hütte Ich koste mich grad exakt nur auf das Heiß Achso ok Also du bist ja in dieser halb offenen Hütte ne? Naja genau hier unten bin ich Wenn du genau jetzt Wenn du jetzt genau aus dieser Öffnung raus guckst In den Wald Da solltest du mich hier liegen sehen Ich bewege mich mal Ja Siehst mich ne? Ja Ich mach mal kurz auf äh Der kommt ein Fahrzeug über die Brücke? Ähm ist ein Prowler Ja aber nicht wie viele Personen Denk dran die dürfen infant auf dich ratzen ne? Denk dran Dürfen wir auch instant auf die ratzen? Das ist ein Bullen Prowler Das ist ein Bullen Prowler Das ist ein Bullen Prowler Sind da? Ich sag doch die Cops kriegen ne Nachricht man Die Cops kriegen keine Nachricht Warum? Haben's vielleicht gehollt Alter die haben instant Die haben nicht in der Zeit jetzt grad die Cops gecollt Nein die Bullen sind weiter gefahren runter Richtung Garage dort in die Richtung Irgendwer sagt du noch die haben wen raus gelassen Nein der ist wieder eingestiegen Sind dort bei der Brücke Wenn da von unten einer hochgelaufen kommt sehe ich es instant Auto kommt Sein Kopf ist nachgekriegen und dann werde ich bei mir schon Ja oh 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 ich bin doch kein Hoch Von hinten User left your channel Wird leiser Ja Fährt weg Fährt den Berg hoch Zu uns Na vielleicht wollen die auch Dingens Von weiten snipen oder so Cops Wo? Hast die Serien nicht gehört? Nein ich hab keine Serien Doch 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 die Callen mit hier bitte stehen bleiben blablabla Wissen Sie Wissen Sie Nein keine Ahnung Von der Straße Ja ja ich hör die Sirene Ich hörs auch Zu uns Jetzt echte Seite Wollen wir die Cops callen oder was? Ja Aber dann machen wir ein bisschen der P Bin unten vorbei Ne ne wir ballern würde ich sagen Wir ballern ja da musst du aber Don Tsoys callen Vier leute Die machen extra die Sirene an 5 leute Die machen extra die Sirene an Damit wir uns verpissen Wir sind Dann machen wir wir die weiten Bin Bye Dasteuer Wir sind Bei 71 Wir sind Ich bin Wir Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind machen könnt jungs ja mach dann machen wir doch nie im leben das ist doch schon für hingebracht ist doch egal ich habe immer versucht ich mache das jungs ich mache das okay aber aber dann halten jetzt alle die fressen und du bleibst im tss enthütet und wenn was ist alles klar alles was du alles klar aber ihr seid bitte ruhig ich bin doch schon recht dran gefahren machen die sirene aus ich bin doch schon recht dran gefahren ich bin kein auto mann das gleich auf ich glaube sie fressen es auf ich bin kein ich bin kein auto und ich bin rechts rangekrabbelt da verliert man einmal seine haustürschlüssel und direkt kommt die polente ich habe meine haustürschlüssel voller und habe meine alarmanlage ausgelöst entschuldigung ich bin der dicke bär aus langen drehen dann müsste ich gucken moment als trend silber bahn eis warte mal da ist er nicht da oder warte mal da ist er doch hey ok 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 da ist er alles klar karl schlager wer ist denn da oben im gebüsch ich bin im gebüsch welches haus erwarten sich zeigt ihnen mein haus das ist das da vorne geradeaus vor mir ja nein wirst du bekloppt er zeigt ihnen das richtige bringt die hin dann kommen wir die haben keine chance warum macht doch macht doch ihr weiter wird doch keiner gesehen kann man die taschen sind voll da ist richtig viel salz und silber bahn und so eine scheiße das ist mein haus hier wie aufgebrochen wie aufgebrochen warum nein ich habe doch da gestern ersten schloss rein machen lassen man auch in die richtung gestern war noch hier der schlüsselmeister bodo da und der hat mir versichert er hat das gemacht wissen du man kriegt keine guten handwerker mehr hier in omere nein der schlüsselmeister bodo war da und der hat gesagt er hat mir hier ein schloss eingebaut warum geht das denn nicht hier soll ich auch dafür 1500 dollar gelatzt man ich werde noch was die fahren rum was denn moment ich gebe ihnen die schlüssel im moment ich habe ihn da gerade gefunden da bitte schön ja hier bitte jetzt hast du die schlüssel zu meinem haus ich habe ein ganzes schlüssel bund halten hier ist das schloss noch vor hier ist das schloss noch vor warum ist das denn da hier sind zack neuer bügel vor warum ist warum ist das hier nicht vom haus warum ist das denn hier nicht ist schon in der menü zu sehen also ich habe die rechnung noch irgendwo ich muss auf jeden fall zum schlüsselmeister da können sie mir vielleicht einen empfehlen ich renne kurz rüber ach du schlüssel ich stehe direkt auf der straße ich wohne auf eides ah ja da bin ich aufgewachsen in pürgers aber ich bin vor circa ich glaube acht oder achteinhalb jahren mit der großen fähre nach tanua gefahren ja da kommt noch eins können sie mir vielleicht jemanden empfehlen weil das 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 tor in deutschland das ist ein tag glaube ich das ist ein hunter ja gut da muss ich mal gucken ich weiß ich wollte gerade sagen also meiner ist das nicht jo machen sie ok ich sehe den bullen ich sehe den bullen ich hätte jetzt freies schussfeld auf ihn ja ok na 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 das macht das lernen wir aber nicht in der ausbildung ja die cops wollen nicht den ifrits snacken die fahren jetzt los ok alles klar ich danke euch beiden auch wiedersehen oh mein gott wie ein glück kein problem gerne komm mit den fahrzeugen tschüss äh die cops äh wollen sich jetzt versuchen den ifrits zu snacken ja ich hole jetzt das nächste fahrzeug komm jetzt verpiss dich hier endlich man ich hole mein auto ne alles klar ich habe silberbarren zum reinfahren dein wem gehört denn der quillen hier der sandgraue äh der ist zeus ich habe den schlüssel dafür komm rein ok weil die bullen haben nur auf meine posi gefahren die bullen sind auf jeden fall weg jetzt ich habe es gesehen ich habe dich die ganze zeit beobachtet sorry wir hatten du kannst die schlüssel fürs haus geben bisschen was man nein man kann keine schlüssel fürs haus geben man kann einfach rein gehen und zack und das t drücken dann hast du auch mal wenn es raus gebrochen ist kann jeder rein ja genau genau so zeus dein quillen ist voll ja ja aber mit silberbarren hier ist noch so viel zeug drin salz alles drin ich höre noch was achso das ist unsere unser brawler 200 m fährt ein schwarzer brawler rum mach ich ok hier an der tür bei mir ist ein kopf kommen wir über die brücke ja aber die kopf sind jetzt mit dem ifrit beschäftigt der hier gerade rumgefahren ist ja ja ich wollte gerade sagen dass wir auf der brücke sind ja ach ich sehe einen hunter der verfolgt mich ein hunter oder ein ifrit ein hunter wie komme ich da hoch wie komme ich da hoch ich wollte gerade sagen hier vorne von der eingangstür geht es zu einer treppe hoch ich glaube der wird mein ding haben mein marit warte was will der haben der fährt mir jetzt langsam hinterher der will meinen marit haben ich fahre mir gerade gemütlich durchs wasser ach fuck da hinten der 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 quillen ist schon fertig oh lol wie viel hier drin ist man nimm raus was geht nimm raus was geht also ich bin voll und unser quillen ist voll jetzt müssen wir noch ja ich habe auch einiges ja warte die kopf sind was wenn ich jetzt ein lkw hole das fällt auf jungs ja ja doch 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 das fällt aus doch eindruck ins haus deswegen kamen die jetzt fährt die gleichen boxen das fällt auf jungs das fällt auf macht eure rucksack rucksäcke voll oder was wir hatten einen kleinen nervenkick wir haben ein bisschen rp gemacht alles gut jungs reicht ich habe 58 silberbaren das ist immerhin etwas kann doch mal hochgehen ich habe jetzt im rucksack platz ich habe den prowler gerade mit salz voll gebrocht danke sehr ja nein nehmt das silber nehmt lieber silber anstatt salz zum glück haben die kopf das nicht gerafft man weil silber ist mehr wert aber silber nimmt auch mehr platz weg genau und ja rechne mal 2 rechne mal 2 salz im wert von 3000 gegen 1 silber im wert von maximal 5000 machst mit salz immer mehr kohle wir sind dafür dass wieso kein salz mehr drin ist ach so ja gut dann haben wir ja alles kein verarbeitetes mehr also ist noch viel drin im haus drangeblieben 54 silberbaren sind noch drin ich bin auf dem desktop da tapp man warum tapp ich auf dem desktop interessiert ja kein ähm und sonst ist das ding leer oder was ja und dein quillen ist voll ja 10 salz sind noch drin aber unverarbeitet ach ist egal lass den scheiße drin den salzer aber das meiste haben wir rausgenommen gut gemacht kalli ja man jo ich bin jetzt als schützer kalli snack dich mal in unser auto rein ja ich war irgendwie auf dem desktop getappt keine ahnung warum alles dafür wieder da war doch jetzt richtig cool habt ihr noch was zu sagen zum schluss der aufnahme äh nice ja danke danke für euer silber und props an die cops auf jeden fall weil die cops haben gemerkt dass ich den schlüssel für den schuppen gegeben hab nicht für ein haus und die haben auch gemerkt dass man das haus kaufen kann und die haben trotzdem das rp durchgezogen props an die cops auf jeden fall man gutes rp mittels tsch tsch